Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wer das schöne Niederösterreich und seine Kultur besser kennen und lieben lernen möchte, ist im Gästehaus und Hofladen Oellerer in Sitzenberg-Reidling goldrichtig. Mit ihrer zentralen Lage zwischen Tulln, Krems und St. Pölten sowie der Anbindung an zahlreiche Radwege ist die moderne Frühstückspension der ideale Ort für Geschäftsreisende und Urlauber. 16 top ausgestattete Komfortzimmer aus Massivholz mit Terrasse oder Balkon und ein ausgiebiges Verwöhnbuffet am Morgen laden zum Entspannen und Genießen in familiäre Atmosphäre ein. Ein besonderes Highlight der charmanten Unterkunft ist der hauseigene Hofladen. Von fruchtigen Marmeladen über erlesene Weine und frische Säfte bis hin zu zartem Wild, Schweine und Rindfleisch. Die sympathischen Gastgeber begeistern mit Gaumenfreuden aus der Eigenproduktion und köstlichem allerlei von regionalen Partnerbetrieben. Gästehaus und Hofladen Oellerer – einfach wohlfühlen!